Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über die neuen D-Sims 4-Set-Leaks, denn ich finde sie großartig und auch wenn wir uns schon kritisch mit den D-Sims 4-Sets auseinandergesetzt haben, muss ich sagen, das hier macht mich glücklich und ich freue mich unendlich. Vor kurzem hatten wir es, dass diese beiden, wo auch immer das hier eingeblendet wird, dass diese beiden Kids-Icons geleakt wurden und es gab sehr viele Spekulationen darüber. Was könnte es sein? Man wusste es nicht so genau, weil es irgendwie nicht so direkt was Aussagendes hatte. Also bei anderen Sachen konnte man sich schon eher denken, worum es vielleicht gehen könnte. Hierbei war das ziemlich offen, dass Leute sogar dachten, dass die Erdbeere vielleicht sogar eine Rakete sein könnte. Sehr weit hergeholt meiner Meinung nach, aber ich kann verstehen, woher die Behauptung in irgendeiner Form kommt. Jetzt wurde aber auch geleakt, was denn die Packs wirklich sind. So ist dann dieses Pack, wo diese Kaffeetasse und dieser Brief sind. Das ist zum Beispiel das Everyday Clutter Kit, worauf ich mich sehr freue. Das andere ist aber auch unheimlich süß, denn die Erdbeere ist das Pastel Pop Kit. Ich habe jetzt leider nicht die deutschen Namen parat, aber ich denke, man kann sich trotzdem ganz gut herleiten, was es denn sein soll. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Screenshots an zu dem Everyday Clutter Kit. Und ich muss sagen, es sieht so, 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 so hübsch aus, also weil man sieht hier auch schon direkt so Teetassen, Teetassen? Kaffeetassen und ja so ein Handy und Schlüssel und keine Ahnung, es sind so Kleinigkeiten, die so total viel in dieses Spiel mit reinbringen. Weil ich finde einfach, dass das Ganze viel belebter aussieht, wenn man halt viel Deko hinstellt. Ich klatsche ja gerne alles zu in meinen Sims-Häusern. Vielleicht wolle ich das dann echt auch so machen. Ich weiß es nicht so genau. Aber ich liebe es sehr, zum Beispiel im Hintergrund sieht man auch diese Angelrute, was halt übel, übel süß ist. Weil klar, das kann man vielleicht nicht in jedem Haus benutzen. Aber wenn ihr einen Sim habt, der total ins Angeln einfach into it ist, ja, dann ist das perfekt einfach. Und ich meine auch diese Brille und sowas und diese Uhr und Schmucksachen und keine Ahnung. Das passt halt alles so gut in eigentlich so ziemlich jedes Haus und ich liebe es so sehr. Ich hoffe, dass es nicht allzu teuer ist, ingame. Weil, ich will ja nichts sagen. Aber sonst ist es halt oft so, dass es dann so 5 Millionen gefühlt Simoleons kostet und man denkt sich so, okay, ich kann mir das nicht mal leisten. Warum sollte das funktionieren? Wenn wir uns dann das zweite Bild angucken, sieht man, dass es halt auch nochmal ein anderes Zimmer darstellen soll, wie man das anders, wie man das ganz anders nutzen kann und so. Und ich finde es super süß, also mit so einem Notizheft und so einem Spiegel zum Schminken und so. Das sind halt so süße Kleinigkeiten. I love it so much. Seid ihr auch so gehypt wie ich auf dieses Pack? Weil ich finde das absolut grandios. Weil, naja, eigentlich wünschen sich sehr, sehr viele Leute, die bauen, dass es halt mehr so Deko-Zeugs gibt und das hier ist einfach perfekt dafür. Simmetically hat auch gepostet, was eigentlich genau in den Packs drin ist und wie viele Items und welche Items eben. Ich weiß nicht, woher Simmetically das immer hernimmt, aber Simmetically hat das schon sehr oft geleakt und ich finde es gut. Also bisher auch viele Behauptungen, die Simmetically aufgestellt hat, waren am Ende sogar wahr. Beispielsweise haben wir über Dream Home Decorator, also traumhaftes In-Design, haben wir herausgefunden, dass das kommende Erweiterungspack eventuell was mit Farming zu tun hat und am Ende war es ja dann sogar auch so. Deswegen ist es anscheinend eine seriöse Quelle. Oder es war Zufall. Man weiß es nicht so genau. Aber ich denke, dass das hier richtig ist mit den aufgelisteten Items. Und ich finde das so, so toll. Denn da ist halt so was mit Make-up und da ist, ich sehe hier so eine Flasche, sehe ich da und ja, wie gesagt, dieses Handy mit den Schlüsseln ist total süß. So T-Zeft und Schmuck und die Brille einzeln ist da noch und Tassen und ich liebe jedes Item davon. Und ich werde nicht aufhören, das zu benutzen. Ich werde mir das auf jeden Fall kaufen, weil mehr Deko kann ich immer gebrauchen. Gerade weil ich ja meistens gar kein Custom Content benutze für das Bauen. Deswegen, ich finde das super, super cool. Vor allem für die Leute, die eben sowieso auch gar kein Custom Content benutzen können. Und ich glaube, bei dem Pack wird es auch das Ganze wert sein, die 5 Euro auszugeben, weil es sieht echt, echt hübsch aus. Und ich denke, man kann das wirklich gut benutzen. Es sind 30 Items drin. Das ist sogar etwas mehr, als die meisten Kids bisher haben. Da muss ich schon sagen, finde ich top. 30 und die meisten haben, glaube ich, so um die 25. Also deswegen, da sind wir auf jeden Fall gut dabei, würde ich sagen. Aber wir haben ja noch ein Pack, über das wir reden können. Nämlich das Sims 4 Pastel Pop Set. Und das sieht auch sehr, sehr cute aus. Wenn ich mir diesen Screenshot so ansehe, mir fallen halt sehr viele Pastellfarben obviously auf. Wahrscheinlich ist das Erdbeer-Icon gewählt worden, weil diese Tapete hier Erdbeeren drauf hat. Und das halt einfach süß ist. Ich sehe halt dieses neue Regal links und diese Kerzen sehen auch sehr süß aus. Und ich sehe diese Garderobe da hinten. Diese kleine, wo die Tasche dran hängt. Das ist übel süß. I love it very much. Ich bin einfach Fan von sowas, ja. Also mit Pastel kriegt ihr mich sowieso. Aber auch der andere Screenshot zeigt noch so ein kleines, so eine Pinnwand und neue Bilder. Neue Bilder kann ich immer gebrauchen, weil gefühlt benutze ich immer so die drei gleichen in jedem Haus. Dann scheinbar gibt es ein Matching Set mit einem Tisch und diesem Beistelltisch, der rechts ist. Der gehört wahrscheinlich dazu. Zumindest sieht der von der Farbe sehr ähnlich aus. Und selbst wenn, kann man ihn bestimmt ganz gut zusammen nutzen. Sieht sehr, sehr hübsch aus. Und ja, jetzt schauen wir uns da natürlich auch nochmal die Items genauer an. Da sind ein paar weniger Items drin. Das hier sind nur 24. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr süß. Deswegen hoffe ich einfach, dass die Items, also meiner Meinung nach reicht mir das trotzdem aus, um 5 Euro dafür auszugeben. Ich finde auch diesen Stein, dieses Steinlicht finde ich sehr, sehr cool zum Beispiel. Und der Stuhl sieht auch sehr, sehr süß aus in Herzform. Der PC ist ein bisschen wild, bin ich ehrlich. Aber halt, wie gesagt, die Pinnwand und es wird wahrscheinlich, also halt diese Teppiche sind total toll. Und neue Wandfarben sind auch immer schön. Also ich finde es ziemlich cool. Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen, einfach weil es Pastelle ist und ich liebe Pastelle. Persönlich sagt mir das andere Pack natürlich mehr zu, wie man eventuell in meiner Exciteness gesehen hat. Trotzdem bin ich an dem anderen ja gar nicht abgeneigt. Also ich finde das total schön. Ich finde auch diesen Sessel zum Beispiel sehr, sehr hübsch. Und ich muss sagen, so kritisch wir Sims 4 Sets auch sehen, so hochwertig sind die Items in diesen Packs auch eigentlich. Also in dem Fall finde ich, sind es halt auch wirklich Sachen, die halt so reingebracht werden, die wir noch nicht so wirklich haben oder wovon wir mehr gebrauchen können. Und das finde ich, ist auch der Sinn von Sets ursprünglich gewesen. Teilweise sind sie dann abgedriftet, indem sie dann gesagt haben, wir machen ein Country Kitchen Set, obwohl wir ein Country Expansion Pack haben. Fand ich jetzt ein bisschen schwierig, aber sie scheinen jetzt wieder mehr darauf zu gehen, dass es halt zwar zu den Sachen passt, aber schon was Eigenes ist und das finde ich sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ich freue mich sehr. Es wird wahrscheinlich jetzt dann die Tage offiziell angekündigt werden. Das hier wurde jetzt ja auch nur gefunden, weil das Spiel ja ein Update hatte gestern. Und in diesem Update wurden halt eben Dateien gefunden, wo halt dieses ganze Zeug mit drin steckt, sage ich mal. Generell bin ich sehr gespannt auf die Zukunft von Sims 4. Wir werden wahrscheinlich auch wieder so eine Roadmap bekommen und dann schauen wir einfach mal, wie es hier so weitergeht. Also ich freue mich, wie gesagt, sehr. Das sind 10 Euro, die gebe ich gerne aus. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie es mit euch aussieht. Freut ihr euch auch auf die Sets? Boykottiert ihr sie vielleicht sogar komplett oder kauft ihr euch die doch nicht, weil es vielleicht gar nicht eures ist? Eure Gedanken interessieren mich dazu sehr, weil ich kann fast alle Meinungen von die Sims 4 Sets verstehen. Weil wenn man sie aus verschiedenen Perspektiven sieht, wie gesagt, ich sehe sie auch nicht als der heilige Gral. Aber diese Sets gefallen mir auf jeden Fall. Und deswegen werde ich mir sie besorgen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss! Bis dahin und tschüss!